Das Reichensteiner Gebirge, früher auch Hunsrücken- bzw. Fichtlichzug, befindet sich im Osten des Glatzer Kessels. Seinen Namen erhielt es nach der Stadt Selotistock. Auf seinem Hauptkampf verläuft die Grenze zwischen Polen und Tschechien. Topografische Beschreibung Das Reichensteiner Gebirge erstreckt sich von Nordwest nach Südost. Seine nordwestliche Fortsetzung ist das Wartagebirge, ein Teil des Ollengebirges und im Osten das Zugmanteler Bergland. Im Südosten grenzt es an das Altvatergebirge, südwestlich liegt das Bielengebirge. Im Norden und Osten breitet sich die schlesische Ebene mit dem breiten Teil der Glatzer Neiße und ihrer Zuflüsse aus. Der tschechische Teil des Gebirges ist neuerdings ein Teil der Mikroregion Röchel bei. Der größte Teil des Gebirges besteht aus Nadelwäldern, an manchen Stellen findet man auch Buchenwälder. In der Region findet man auch Wildschweine und Rotwild. Der höchste Berg ist der SMRK mit 1125,4 Meter N.M. Höhe. Er befindet sich im äußersten Süden des Gebirges. Über seinen Gipfel verläuft die Landesgrenze. Der zwei Kilometer südwestlich des SMRK liegende Gipfel des Posthafna ist der höchste Gipfel des Bielengebirges. Ein Ausläufer ist im Norden das Krautenwalder Bergland bei Trafna. Dazwischen führt der Krautenwalder bzw. Landecker Pass hindurch, der die Städte Ladeg-Zetreu und Jawornig verbannt. Im Süden des Gebirges schließen sich zwei ausgedehnte Ausläufer nach Osten an. Das oberlinde Wieserbergland, es erstreckt sich nördlich von Lipovalasne. Darin befindet sich die Tropfsteinhöhle am Gemärke Jeskain-Napomezi. Die teilweise begehbar ist, das Gemärke ist ein alter Pass von Lipovalasne nach Vapena. Östlich schließt sich getrennt durch das Tal der Wittnavkaternesse-Koppenkamm, auch Hirschbadkamm, an. Er liegt nördlich der Stadt Jesenik. Punkt. Geologie. Am Aufbau des Reichensteiner Grundgebirges sind vor allem kristalline Schiefer beteiligt, vor allem Kneise. Glimmerschiefer sowie Hornblendeschiefer und Quarzitschiefer. Granite sind das Massengestein, dazu gesellen sich weitere Hartgesteine wie Symeid, Diorite, Gabrus und Serpentineid. Diorite kommen im Osten des Reichensteiner Gebirges und des Bielengebirges vor. Die ältesten Gesteine sind die vorkommenden Para- und Orthogneise. Diese alten Schichten wurden aufgefaltet und Granit, Gabrus und Peridotite eingelagert. Diese Prozesse haben sich im unteren Carbon zugetragen. Zu dieser Zeitepoche gehören auch die Tonaleit des Reichensteiner und des Bielengebirges im Osten. Der Friedeberger Granit als das größte Gesteinsvorkommen dieses Gebietes ist jünger als die vorkommenden Tonaleit. Des Weiteren bildeten sich der Saubsdorfer Marmor und Marmor Slavinovitski von Slavnjovice durch die Hitze und Druck des Granitplutons von Zulova. Aus. Im Reichensteiner Gebirge wurde bis ins 18. Jahrhundert intensiver Bergbau betrieben. Danach waren die Lagerstätten erschöpft. Erzlagerstätten. Kupfer wurde im Mechiorstollen bei Jawornik bei Slatehori gefördert. Kupferkies gab es in der Asien-Ezlagerstätte von Reichenstein und des. Weiteren wurde im Mechiorstollen und in der Asien-Lagerstätte Blei gefunden. Ferner bei Lutinae bei Bad Landek. Zinkblende fand man bei Jauernich und Reichenstein, Magnetiteisenetz im Bielengebirge bei Waldeck und Gosseis. Bei Ondrejovice westlich von Slatehori, Horni-Utuli und in Kletno südöstlich von Wildschütz. Hematit befindet sich nahe Mikulovice, Ujaseniku und Endersdorf. Bei den beiden letzteren Fundstätten kam Gold und Silber und bei Reichenstein in der Asien-Lagerstätte westlich des schlacken Tails vor. Dies war die größte Asien-Lagerstätte des Gebietes. Flussspat fand sich bei Kletno und Asbest im Serpentinit in der Totenkoppe bei Jauernich und in Skorossitze beim Petershof. Grafit kam westlich von Bad Landek, Leuten und Jauernich vor. Mineralfundstätten Quarz wurde früher bei Kobühle, Natwitnafkau und Starazavna wurde abgebaut und Quarzkristalle und Rosen finden sich im Friedeberger Granit. Korund befand sich im Gabro von Uena. Olivinkristalle werden im Basalt von Krautenwald bei Jauernich und Wallbeck und Wollastonit wird im Kalk in der Nähe der Burg Kaltenstein gefunden. Ferner auch an diesen Orte Vesuvian. Epidokristalle, Granat, Augit und Förgesied liegen am Gotteshausberg von Zulova, Turmalin bei Jauernich, Andalusied in der Nähe von Krautenwalde. Kohlevorkommen befinden sich im Neiße vor Land und bei Lensch. Gesteinsvorkommen Der wirtschaftlich bedeutendste Naturstein dieses Gebietes war der hellgraue, fein- bis mittelkörnige Granit, der in den 1930er Jahren in großem Umfang in Friedeberg, Domsdorf, Schwarzwasser, Setzdorf, Jungferndorf, Buchsdorf, Welka, Krass und Rotwasser gebrochen wurde. Unter einer 1,5 bis 10 Meter dicken Abraumschicht wurden Bau- und Werksteine und Pflastersteine gewonnen. Neben der Granitindustrie existierte aber auch die Marmorindustrie, die sich um die Vorkommen bei Saubsdorf und Großkunzendorf konzentrierte. Die Marmorsteinbrüche waren aufgrund der geringen Mächtigkeit im Gegensatz zum Granitvorkommen meistens sehr klein. Die Natursteine wurden in den 1930er Jahren in Schlesien, Meeren bis Brünn, Ostböhmen bis Radeck, Halloway, Polen, nach Holland, Belgien, England, Südamerika, Balkan und Indien verkauft. Große Bedeutung hatte die Kaukbrennerei, die im Gebiet um Wappina urkundlich 1787 erstmals mit zwei herrschaftlichen Kalkhöfen erwähnt wird. 80% der gebrannten Kalkhöfen wurden nach Deutschland exportiert und der Rest von 20% nach Schlesien, Ostmeeren und Ostböhmen. Gewisse Bedeutung für die Porzellanindustrie hatte Kaolin, der bei Wittner war gewonnen wurde. Bedeutende Erhebungen SMRK Smerek 1125,4 m 50 Grad 14 N 17 Grad 2 O LV Ihora 1040,1 m 50 Grad 15 N 17 Grad 3 O Sturten IV ECH 991,6 50 Grad 16 N 17 Grad 10 O Kovatlina, Kovatlus 988,9 m 50 Grad 16 N 17 Grad 1 O Spitschak 957,2 m 50 Grad 18 N 17 Grad 1 O Boruvkova Hura, Borovkova 899 m 50 Grad 23 N 16 Grad 54 O Konicek 850,3 m 50 Grad 20 N 16 Grad 56 O Czerny V ECH 825,8 m 50 Grad 19 N 16 Grad 57 O Jawornik 764 m 50 Grad 25 N 16 Grad 52 O Bedeutende Orte In Polen Ladek Zetroi, Stronilaski, Selotistock in Tschechien Bieler Wode, Jawornik, Travna, Zulova, Sehenswürdigkeiten, Ruine der Burg Rüchel bei aus dem 13. Jahrhundert, Teufelskanzel, bizarre rote Felsenformation über dem tiefen Tal des Baches Raci, Hiranitski, auslaufende Wiesen am Platz eines ehemaligen Dorfes mit Ruinen alter Häuser, Wasserfälle des silbernen Baches, eine 15 m hohe Kaskade, Höhle Napometzi 1936 entdeckte Karsthöhle, senkrecht stehende Basaltfelsen in Ullezee, südwestlich von Lutinaie.